Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Farquare 5 und die Wasseraufbereitungsanlage. Das war die nächste Aufgabe. Da gehen wir auch mal hin direkt. Schauen, was wir da machen dürfen. Du bist frei! Ach guck mal da steht noch ein Angel. Du kriegst auch noch ein paar Kugeln in den Kopf. Zuck! Bleib liegen. Oh immer diese schrottigen Sektenkisten hier. So. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Ach scheiße. Ich habe wieder einen Geisel getroffen. Bitte sehr, du bist frei. Dein Kumpel auch. Er schläft aber noch. Die faule Sau schläft hier mitten auf der Straße. Wer bist du, dass du sie aufhalten willst? Diese Pilger suchen Erlösung. Störe sie nicht noch einmal. Ähm. Ja. Okay. Du wurdest gesegnet. Neue Aufgabe. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Tschüss. Ah. Jetzt sind wir schon wieder total benebelt. Ich komme nicht rein. Nein. Sie haben mich erwischt. Ah. Hier in Felserngebiet. Egal wo du hingehst. Du bist immer benebelt von dem Scheiß hier. Tricks Bliss. Ja. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Die zweite. Bitte. So. Wenn ich jetzt hier oben drauf gehe. Kannst du mich damit komplett rumdrehen? Ja. Nice. Ja. Der liegt auf dem Kreuz. Der liegt auf dem Kreuz. Ja. So gefällt es mir. Genau. Da decken wir wie Daumen. Da komme ich gar keine so schlechte Idee, das hier. Da ist noch einer. Und da war noch einer. jetzt müssten sie eigentlich die ganzen zivilisten wieder dauern gibt neuer zeit mal gucken wie wir hier reinkommen eine karte notausgabe nur notausgabe hier nur notausgabe ja leute das ist aber scheiße ich komm schon rein von oben rein das liegt hier lesen der fahrt nach jedem steht auf das können neun schreien entdeckt kann man auch nicht rein oh bitte lass uns doch rein in die gute stube ne da geh ich bestimmt nicht rein tauchen in die blöde interagieren ahhh down wie komm ich denn hier runter neun lass mal rüber das sieht doch schon verdämlich aus neun hier gehts rein hallo ah fuck neun 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 here gitts auch Okay, ich muss die Dinger zerstören. So, zwei Stück, drei Stück. Hier ist alles fertig. Aber hier gibt es bestimmt ja noch mehr. So, da geht es raus. Wir haben alles geplündert. Wie komme ich jetzt in das zweite Ding? Ah, das ist ja gut. Hallo. Ich muss es mal hier rein, ja? Da geht's noch! Denk ich. Hoffe ich. So, 16 Meter. Da. Hoffentlich kommen wir da jetzt in den zweiten Pumpenraum. So, was sonst ist hier alles zu gewesen. Nicht, dass wir noch etwas Wichtiges verpassen würden. Da geht's auch. Geh weg! So, ehrlich, Trinkwasserfahrt, Ordnung, abgeschlossen. Kanalrat der Errungenschaft, freigeschacht. So. Wo kommt denn jetzt wieder alle her? Du wurdest gesehen. Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Die Peggy sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen sich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, der Pjothee. Oh, ich weiß. Sehr gut. Sie hassen dich alle. Sehr gut. Hier, das Feuer! Hier! 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 Der Vater sieht alles. Für den Vater. Das war's. Das müsste es gewesen sein. Wunderschön. Was passiert? Oh nein! Willkommen im Bliss. Oh, willkommen im Bliss. Hallo, Fett. Was willst du wieder von mir? Was passiert hier? Verstehst du denn nicht, was wir hier aufbauen wollen? Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hier hin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen. Sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Oh, du auch nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Oh, hi, Masche. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Ich weiß, du willst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber... Muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hast du... Hast du dir je die Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein, das ist nicht wahr. Wir lieben oberflächliche Leben und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber... Komm schon. Wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben Ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du, wenn das das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Oh, mach den Jünger mal ab, bis wir dich von deinem Scheiß runtergeholt haben. Dann bist du auch nochmal zufrieden. Am letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Gut, hab dich seelisch. Wir sorgen dafür, dass du nochmal klarkommst mit deinem Leben. Kumpel. Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshal. Ja, was hol ihn. Jetzt kommt es drauf an. Lass den Marshal nicht durch dieses Tor gelangen. Ja, super. Ich komme aber nicht hinterher. Schnappt euch den Marshal. Rookie, du musst ihn retten. Ich komme nicht hinterher. Gib mir eine Chance. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Äh, ja. Habe ich ihm jetzt eine gegeben? Habe ich ihm jetzt eine verpasst. Du hältst dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber. Ruhig, ganz ruhig, Berg. Sieh mich an, sieh mich an. Ruhig. Nein, keine Kugel. Nein, keine Kugel. Berg, auf dem Platz will. Lass was. Ruhig. Scheiße. Okay, okay. Ist nur ein Beruhigungsmittel. Nein, keine Druck. Die Waffen runterkommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich, ich kann. Ich kann es. Schön. Okay. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin nicht verwirrt. Okay. Hält der Verbleib. Okay, leg dich einfach. Da. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herwählen sollen. Tracy. Alter. Fick dich, Tracy. Ich halte es für die Scheißidee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich. Ich rede mal mit dir. Ja, ja, mach du das. Mach du das, Pfarrer. Mach du das. Ah, hallo. Ich bin da. Und Wissenheit ist ein Segen. Meine Frau, Gott sei ihrer Seele gnädig, hat mir gezeigt, wie man so gestoppt. Das war aber nicht ziemlich oft in letzter Zeit. Verflucht nochmal, Deputy. Ich kann es kaum fassen, dass du den Marschall aus der Glückseligkeit geholzt hast. Das wird die Faith nicht durchgehen lassen. Sie wird es die Gehörigkeit einzahlen, Jungspurt. Sei auf der Hut. Sind wir. Deputy, ich muss dich was fragen. Erzähl. Hast du schon mal von einem Kerl namens Phoebe gehört? Nein. Er war der Apotheker der Stadt. Ich. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Phiney ist jetzt bei der Sekte. Hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof bevor... Ja, bevor. Jetzt nutzt Phiney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Phiney bestimmt panisch angelaufen. Okay. Die Sünden des Vaters. Hinter den Gesamtmauer ist du sicher, da kommen die Peggys nachts nicht hin. Den können wir nicht quatschen. So. Jo, jo, jo. Könnt ihr auch. Hey, Sherry. Will nicht quatschen. Du lück mich doch. Denkst du das? Ich denke auch. Lalalala. Lalalala. So. Hallo? Hier spricht Miss... So. Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Sherry Wittos. Gut. Die Mission ist ja noch in Johns Gebiet. Die wollten wir ja holen, wenn wir dann hier rüber wandern. Das war der nächste Punkt. Zweieinhalb Kilometer. Fliegen wir jetzt noch kurz hin. Und dann beenden wir die Folge. Es ist gut, dass da immer ein Heli steht. Da brauchen wir nicht so ätzend weit laufen. Da, 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 da. Da, da, da. ... Sie hassen es! Jetzt sind sie hinter mir her. Ich kann das Ziel sehen! Jetzt auch noch ein Schrein! Ein Kilometer! Ein Kilometer! Ein Kilometer! Ein Kilometer! Hier ist die Wasser... ...denks, ja... Gut, das ist ja erledigt! Da waren wir ja schon in der Nähe! Wohl zurückgebrochen! Ein Kilometer! Das warps! Angel bitte! Okay, es scheint nur ein Gespräch mit dem Typen zu sein. Können wir das direkt mal fertig und dann... ...oder mit der Frau! Ich visiere das Ziel an! Neuer Charakter! Der Sherry Woodhouse! Wohl! Gut! 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 Okay! 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 Ich bin ziemlich sicher, dass ein Fass im See da hinten ist! Da ist eine Markierung östlich von hier! Alles klar! Nebukesion! Ja! Da beenden wir an dem Punkt hier aber auch die Folge! Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da! Abo, falls das nicht getan und Kommentare sind immer wieder gerne gesehen von mir! Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen! Bis dahin meine Freunde! Ciao!